Hallo zusammen! Heute geht es im Steckbrief Antike mal wieder um eine der ganz bekannten Gestalten der Antike. Marcus Tullius Cicero. Anwalt, Redner, Politiker, Philosoph und Albtraum ganzer Generation von Latein-SchülerInnen. Ja, wir haben uns jetzt erfolgreich weit über drei Jahre gedrückt, weil es echt schwierig ist, Cicero in wenigen Worten zusammenzufassen, aber heute erscheint jetzt doch endlich, wer war Cicero? Also vor allen Dingen war er sehr vielseitig. Er bestimmte die Politik seiner Zeit mit, er verfasste zahlreiche philosophische Schriften und er prägte die lateinische Sprache wie kaum ein anderer. Wir können heute wieder nicht auf jeden Punkt detailliert eingehen, es handelt sich hier also wieder um einen Überblick über Ciceros Leben. Angefangen hat alles im Jahr 106 vor Christus in Arpinum, das ist eine Kleinstadt etwa 100 Kilometer südöstlich von Rom. Dort wurde Cicero geboren. Seine Familie gehörte dem Ritterstand an. Das bedeutet, dass Cicero nicht zu diesen Familien gehörte, die jetzt schon seit Ewigkeiten in Rom im Senat saßen. Trotzdem war seine Familie relativ vermögend und sein Vater hatte zum Beispiel gar keine politische Karriere gemacht. Sein Vater sorgte aber auch dafür, dass seine Söhne eine gute Ausbildung bekamen. Also Cicero hatte noch einen Bruder, der hieß Quintus. Mit 15 oder 16 Jahren kam Cicero jetzt also nach Rom, weil sein Vater Hinald dorthin geschickt hatte. Das war jetzt soweit nicht ungewöhnlich, dass Angehörige der Oberschicht ihre Söhne zu Ausbildungszwecken nach Rom schickten. Und Cicero bildete sich dort vor allem juristisch und er fiel auch schon sehr früh durch sein rhetorisches Talent auf. Wie jeder gute Römer leistete natürlich auch Cicero Militärdienst und zwar im Jahr 89 vor Christus im sogenannten Bundesgenossenkrieg. Dabei stellte sich allerdings sehr schnell raus, dass Cicero so gar kein Soldat war. Und das wusste er auch selber. Also militärische Ambitionen hatte er so überhaupt nicht. Kurz darauf brach in Rom ein Bürgerkrieg aus. Das war jetzt wirklich keine gute Zeit für Politik und Cicero studierte in dieser Zeit Rhetorik und Philosophie bei relativ namhaften Lehrern. Ciceros Philosophie lässt sich später keiner der bekannten griechischen Philosophenschulen so eins zu eins zuordnen. Aber man kann trotzdem sagen, dass Cicero vor allen Dingen von der skeptischen Ausrichtung des Platonismus stark beeinflusst wurde. Das bedeutet zum Beispiel, dass es für Cicero keine gesicherte Erkenntnis gibt. Also man kann nur durch Argumentieren, durch Diskutieren und durch das Abwägen von Pro und Contra das herausstellen, was am Ende am wahrscheinlichsten richtig ist. Politisch glätteten sich jetzt die Fronten nach einiger Zeit wieder ein bisschen. Also der Bürgerkrieg endete und mit 25 Jahren begann Cicero seine Karriere als Anwalt. Dafür musste Cicero härter arbeiten und sich mehr hervortun als so manch anderer im Senat, denn Cicero war ein Homo Novus. Das bedeutet, der hatte keine Vorfahren, die auch schon alle im Senat saßen und damit kein Netzwerk. Was das für eine politische Karriere sonst noch so bedeutete, wenn man ein Homo Novus war, damit hat sich Lukias schon mal beschäftigt. Also wenn ihr wollt, schaut auch gerne in das Video nochmal rein. Also Cicero arbeitete sehr hart und gleichzeitig war er eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bereits seine erste Prozessrede für einen gewissen Sextus Roscius, der wegen Vatermordes angeklagt war, war ein voller Erfolg. Allerdings musste er kurz darauf auch einen Rückschlag hinnehmen. Also seine Stimme war wohl auch wegen der vielen Arbeit stark angeschlagen und eine gute Stimme brauchte er zwangsläufig, wenn er den ganzen Tag vor Gericht reden wollte. Und so ging Cicero in den Jahren 79 bis 77 vor Christus nach Griechenland, um seine Stimme zu schulen, aber auch um sich philosophisch weiterzubilden. Als Cicero zurückkehrte, machte er als Anwalt weiter. Außerdem war er jetzt langsam auch alt genug für eine politische Karriere. Also für das Einstiegsamt in die Politik, für die Quästur musste man 30 Jahre alt sein. Cicero wurde nun also im Jahr 75 Quästor, im Jahr 69 Edil, im Jahr 66 Prätor und im Jahr 63 Konsul. Damit erreichte er jedes Amt Suo Anno, das heißt zum frühstmöglichen Zeitpunkt. Ciceros Karrierehöhepunkt als Anwalt war aber der Prozess gegen den korrupten sizilianischen Stadtteil der Verres in den Jahren 71 und 70. Dieser Prozess wurde ihm in Rom nicht leicht gemacht, denn der Beschuldigte Verres hatte mächtige und einflussreiche Freunde in Rom. Dennoch gelang es Cicero, diesen Sumpf aus Machtmissbrauch, Bestechlichkeit und Geklüngel irgendwie trocken zu legen. Verres ging noch bevor der Prozess abgeschlossen war, freiwillig in Sextil, weil die Beweislast so erdrückend war. Damit entzog er sich einer noch schwereren Bestrafung. Cicero war aber nach diesem Prozess der erste Anwalt in Rom. Cicero war aber auch politisch aktiv. Er befürwortete zum Beispiel die weitreichenden Sondervollmachten, die Pompejus bekam, um gegen Mithridates VI. von Pontus vorzugehen. Im Jahr 63 wurde Cicero dann schließlich Konsul und er bekam in diesem Jahr genug Gelegenheit, um zu zeigen, was er kann. Aber vor allen Dingen kennt man dieses Konsulat dafür, dass Cicero beinahe eine Mordkomplott zum Opfer gefallen wäre. Cattelina, ein abgelehnter und hochverschuldeter Konsulatsbewerber, plante nicht nur die Ermordung des Konsuls Cicero, sondern gleichzeitig auch noch einen Staatsstreich, der mit seiner Alleinherrschaft enden sollte. Cicero gelang es, diese Verschwörung aufzudecken. Und damit rettete er wohl nicht nur sein Leben. Cattelina starb letzten Endes auf dem Schlachtfeld, aber Cicero hatte fünf Mitverschwörer zu fassen bekommen und er ließ diese nun hinrichten. Ohne ordentlichen Prozess. Im Senat wurde er trotzdem gefeiert. Er habe die Republik gerettet und auch Cicero war zu diesem Zeitpunkt wohl der Meinung, dass die schwelende Staatskrise, die Rom seit Jahrzehnten belastete und von der Cattelina auch nur ein Symptom war, dass diese Staatskrise nun überwunden sei. Das Vorgehen gegen die Catelinaria fiel ihm dann aber später doch nochmal auf die Füße. Denn im Senat gab es wenig später große Kritik daran, dass Cicero gegen die Catelinaria, die allesamt römische Bürger waren, kein ordentliches Verfahren eingeleitet hatte, obwohl diesen eben als römischen Bürgern ein ordentlicher Prozess zugestanden hätte. Und es braute sich neuer Ärger zusammen. Cäsar, Crassus und Pompejus, drei mächtige Senatoren, schlossen sich in einem sogenannten Triumvirat zusammen und auch Cicero sollte da mitmachen. Der wollte aber nicht. Das nahm ihm die drei ein bisschen übel und so strengten sie es an, dass eben gegen Cicero doch noch ein Prozess eingeleitet wurde, wegen seines Vorgehens gegen die Catelinaria. Cicero ging 58 vor Christus, ohne das Ergebnis abzuwarten, ins Exil nach Thessaloniki. Aus dieser Exilzeit haben wir von Cicero vor allem sehr viele Beschwerden darüber, wie ungerecht das Leben ist. Glücklicherweise konnte er anderthalb Jahre später nach Rom zurückkehren, aber trotzdem ließen ihn Crassus, Pompejus und Cäsar deutlich spüren, dass er von ihrer Gnade abhängig war. Cicero widmete sich in dieser Zeit auch nicht so stark der Politik, sondern wandte sich eher der Schriftstellerei zu. Also seine philosophischen und rhetoriktheoretischen Werke De Oratore, also über den Redner, und De Republica, über den Staat, stammen aus dieser Zeit. Im Jahr 51 wurde Cicero dann noch Stadthalter in der Provinz Kilikien, von wo er ganz regulär ein Jahr später zurückkehrte, und in Rom eine völlig veränderte Situation vorfand. Es zeichnete sich bereits ab, dass, wenn Cäsar aus Gallien, also aus dem Gallischen Krieg, zurückkehren würde, und er keine Möglichkeit erhält, sich in Rom auf ein Amt zu bewerben und damit straffrei für seine Verbrechen in Gallien auszugehen, dass dann ein Bürgerkrieg ausbrechen würde. Cicero analysierte die Situation sehr genau und letzten Endes kam es auch genau so. Anfang 49 überschritt Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon und stürzte Rom in den nächsten Bürgerkrieg. Cicero positionierte sich gegen Cäsar, aber auch nicht so richtig überzeugend. Letzten Endes gewann Cäsar den Bürgerkrieg und er begnadigte neben vielen anderen eben auch Cicero. Cicero setzte sich in den Folgejahren verstärkt für Gegner Cäsars ein. Vor allen Dingen widmete er sich jetzt aber nochmal der Philosophie. Also die meisten seiner philosophischen und rhetoriktheoretischen Schriften stammen aus der Zeit der Diktatur Cäsars. Als Cäsar nun seinerseits im Frühjahr 1944 ermordet wurde, war Cicero für eine kurze Zeit einer der führenden Köpfe des Staates. Er setzte sich dafür ein, die Republik wiederherzustellen. Vor allen Dingen trat er aber gegen einen wichtigen Feldherrn Cäsars, nämlich gegen Markus Antonius, an und nach. Er verfasste Reden gegen diesen Markus Antonius. Das sind die letzten Reden, die wir von Cicero noch haben. Cicero verließ sich in dieser Zeit nämlich auf den jungen Octavian, auf Cäsars Erben und den späteren Kaiser Augustus. Als aber jetzt im Sommer 1943 Markus Antonius und Octavian ihre Querelen beilegten und Frieden schlossen, waren Ciceros Tage gezählt. Denn die beiden setzten ihn auf ihre Proskriptionslisten. Das bedeutet, dass jeder Cicero straffrei töten durfte. Und so wurde Cicero dann am 7. Dezember 1943 vor Christus schließlich ermordet. Aus Ciceros bewegtem Leben sind zahlreiche Zeugnisse und Schriften von ihm erhalten geblieben. Also meistens teilt man die ein in Reden, in philosophische Schriften, in Briefen und in ein paar poetische Fragmente, die aber halt gar nicht so der Rede wert sind. Von Cicero sind immer noch 54 Reden mehr oder weniger vollständig erhalten. 17 weitere werden bei anderen Autoren in Auszügen zitiert und von noch 30 weiteren kennen wir die Titel. Also da ist in Ciceros Leben schon durchaus einiges zusammengekommen. Unter seine philosophischen Schriften fallen viele, die sich mit Rhetoriktheorie beschäftigen. Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe von Schriften, die die Ansichten der griechischen Philosophenschulen zum Beispiel zu Staatsphilosophie, zu Ethik oder zu Religion wiedergeben. Also Cicero vermittelte griechische Philosophie in Rom und passte sie auf römische Verhältnisse an. Daneben sind noch 860 Briefe von Cicero erhalten, die sich an mehr oder weniger berühmte Zeitgenossen richten. Also die meisten richten sich an seinen Freund Atticus oder an seinen Bruder Quintus oder an Brutus, der ebenfalls ein ziemlich guter Freund von Cicero war. Diese ganzen Briefe geben uns eine ziemlich gute Einsicht da rein, wie Cicero die Veränderungen seiner Zeit wahrnahm. Ciceros Einfluss zeigt sich aber vor allem in der lateinischen Sprache. Also es klingt total absurd, aber Cicero machte viele Sachen auf Latein überhaupt erst sagbar. Er schuf viele Worte und Ausdrücke, die es vor ihm überhaupt nicht gab. Wer sich vor Cicero in Rom mit Philosophie beschäftigen wollte, der musste das auf Griechisch tun. Nach Cicero wurde philosophische Bildung immerhin zweisprachig. Cicero war wortgewandt und wortgewaltig, er hatte aber trotzdem einen relativ klaren Stil. Also ich weiß, dass sich viele SchülerInnen mit Cicero immer erst mal sehr schwer tun, aber glaubt mir, es geht viel, viel schlimmer. Cicero war und ist das Stilvorbild für die lateinische Sprache. Also wer in der Schule Latein lernt, lernt das Latein Ciceros. Und so ziemlich alle, die in der Schule Latein hatten, haben auch irgendwas von ihm gelesen. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, was das bei euch war und woran ihr verzweifelt seid. Wenn wir euch weiterhelfen konnten, dann freuen wir uns über ein Like auf diesem Video und wenn ihr euch grundsätzlich für die Antike interessiert, dann lasst gerne auch ein Abo auf diesem Kanal da. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.